Hallo liebe Freunde, willkommen, ich bin der Peter Graf, willkommen im Restaurant Compass Studio. Wir schauen uns jetzt weiter an das Thema Stand und zwar gehen wir hinein in Funktion und Bedienung von Stand, vom Modulstand. Wir kennen schon Restaurant Compass Software, Programm schon geöffnet und es gibt eben hier Stand 1, 2 und 3. Wie bereits erwähnt, diese drei Module, Stand 1, 2, 3, die sind vom Aufbau her identisch und mit jedem einzelnen Stand können wir eben ein eigenes Service-Lager für Getränke individuell verwalten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel für Stand 1 ein Restaurant habt mit einem eigenen Getränkestand, einem eigenen Kühlladen und so weiter, ihr habt für Stand 2 zum Beispiel eigene Spiritosen und eigene Getränke auf der Terrasse und Stand 3 ist vielleicht eure Bar, die woanders habt, mit einem eigenen Service-Standlager. Ja, dann könnt ihr für jede Station mit einem eigenen Lager, könnt ihr einen eigenen Stand eben verwalten und kontrollieren. Wenn ihr von einem Service-Lager aus mehrere Räume bedient, dann wäre das ein gemeinsamer Stand, den man dann zusammenfasst. Okay, das nochmal ganz kurz zur Funktion von Stand, also zur Arbeitsweise von Stand. Jetzt schauen wir uns an, in diesem Video, hier diese Funktionen und die Bedienung dieser Funktionen. Das sind hinter jedem einzelnen Knopf, hinter jedem Button, steckt ein programmierter Softwarebefehl, teilweise viele Seiten an Softwarebefehle, die dann im Hintergrund ablaufen, wenn man dann so einen Befehl betätigt. Und wir schauen uns das jetzt in zwei Videos an, sonst wird es zu viel für ein Video. Jetzt im ersten Video, in diesem Video, im ersten Video schauen wir uns jetzt an diesen linken Bereich und im nächsten Video schauen wir uns an die Funktionen hier in diesem rechten Bereich der Befehlstasten. Ja, also dann fangen wir gleich einmal an. Wir schauen uns da diesen linken Bereich an, sortieren, neue Zeile einfügen und so weiter, Artikel löschen, letzte Zeile löschen, die schauen wir uns jetzt der Reihe noch an. Der erste Befehl wäre hier sortieren. Ja, da geht es darum, wenn ihr in der Artikelliste einen neuen Artikel einfügt, dann möchtet ihr wahrscheinlich auch wieder eine schön sortierte Liste haben, die im Alphabet noch sparte sortiert ist. Machen wir gleich ein Beispiel. Wir fügen jetzt zum Beispiel hier einen neuen Artikel zur Liste hinzu. Wir nehmen jetzt zum Beispiel das Wasser 1,0. Jetzt ist das Wasser 1,0 hier dem Artikelstand von Stand 1 hinzugefügt. Ja, jetzt steht es aber ganz am Schluss und ist dann eigentlich nicht eingeordnet. Ja, weil die alkoholfreien Getränke haben wir da oben. Wir sortieren immer zunächst nach sparte und dann alphabetisch. Jetzt wollen wir, dass der ja dann wieder eingeordnet ist und dann klickt man einfach hier auf sortieren und zack, jetzt ist das Wasser da oben einsortiert. Wir haben es jetzt zweimal drinnen, das macht nichts, ist ja nur ein Beispiel. Aber so könnt ihr eben, wenn ihr einen neuen Artikel anlegt, ja, machen wir gleich noch einen, machen wir vielleicht noch, was haben wir da oben noch, irgendeinen Johannesbeersaft noch, ja. Wir gehen auf sortieren und zack, jetzt ist der Johannesbeersaft oben auch noch einsortiert, ja. Also mit dem Befehl sortieren, den braucht ihr, wenn ihr einen neuen Artikel hinzufügt zu eurem Stand und dann ist eben mit sortieren, ist eben, wie der Name schon sagt, wieder alles sortiert nach sparte und alphabetisch. Der nächste Befehl ist neue Zeile einfügen. Ja, wir haben jetzt die Situation, dass wir alle Zeilen genutzt haben und wir möchten einen weiteren Artikel hinzufügen. Ja, jetzt müssen wir da eine neue Zeile einfügen, damit wir wieder Platz für einen neuen Artikel haben. Also einfach hier auf neue Zeile einfügen klicken. Er weist uns darauf hin. Das ist eine Information. Bei einer Änderung der Artikeldaten müssen die Artikeldaten des RK-Daten-Clients aktualisiert werden. Das ist eine wichtige Information, das hat nur rein informativen Charakter, ja. Wenn ihr jetzt die Artikelliste in eurem Stand verändert und ihr verwendet auch den Restaurant-Kompass-Daten-Client in den Service-Stationen, dann müsst ihr die Daten im Client aktualisieren. Also das ist die Warnung, ja. Er sagt euch, wenn ihr da jetzt eine neue Zeile anlegt, Achtung bitte, wenn ihr da was ändert im Artikel, in der Artikelliste, ja, bitte denkt daran, auch die Artikelliste im Daten-Client zu aktualisieren, ja. Weil das passiert nicht automatisch, das muss man manuell machen, ja. Das ist eine dieser drei Besonderheiten, die man im Hinterkopf haben muss, ja. Also erstens einmal die Artikelliste bei einer Änderung auch im Client aktualisieren, ja. Das ist eine Besonderheit. Dann das Zweite ist, wenn ein Artikelname geändert wird in der Kalkulation, das schauen wir uns dann gleich noch einmal an. Und das Dritte ist die Anzahl der Zeilen, das schauen wir uns auch noch in aller Ruhe an. Mit Anzahl der Zeilen meine ich die Synchronicität zwischen der Zeilenanzahl in Restaurant-Kompass, also hier in unserem Hauptprogramm, ja, in diesem Programm. Und andererseits im Client, ja, der in der Service-Station dann verwendet wird, ja. Also da sollen die Zeilenanzahl zwischen diesen beiden Programmen immer identisch sein. Warum? Damit wir eine optimale, damit die Datenübertragung von einem System zum anderen einfach optimal funktioniert, ja. Okay, das ist einmal gleich so vorweggenommen. Jetzt noch einmal zur Information eben. Also wenn wir hier eine Zeile einfügen, immer daran denken, wenn wir im Stand bei der Artikelliste etwas ändern, auch daran denken, dass man dann im Client etwas ändert, ja, dass man eben immer die identische, die identischen Artikellisten hat, ja. Sowohl im Hauptprogramm als auch im Client. Wir schauen uns das dann eh noch einmal im Detail an. So, wir sagen jetzt, okay, das nehmen wir einfach zur Kenntnis mit, okay. Er hat uns informiert. So, und jetzt haben wir eine neue Zeile bekommen und haben eine freie Zeile, um hier einen neuen Artikel einzufügen. Und dann wählen wir zum Beispiel, ja, Spiridosen möchte ich da jetzt keine nehmen. Wir wählen jetzt einen Kuchen aus, ja, und haben jetzt einen neuen Artikel eingefügt. Also wenn wir einen neuen Artikel einfügen wollen und wir haben keinen Platz mehr, einfach die neue Zeile verwenden, okay. Und dann eben mit Dropdown-Menü den jeweiligen Artikel aus der Liste auswählen. Wie schon gesagt, die Liste hier, haben wir schon in einem früheren Video gemacht, diese Liste hier ergibt sich aus der Kalkulation, ja. Also Artikel, wir können alle Artikel auswählen in den Ständen, die wir in der Kalkulation angelegt haben. Also wenn wir einen völlig neuen Artikel anlegen möchten, müssen wir den zunächst hier in der Kalkulation anlegen. Da braucht man wahrscheinlich dann, also in dem Fall braucht man eine neue Zeile. Und dann tippt man hier den neuen Artikel, keine Ahnung, XYZ ein, ja. Und gibt die entsprechenden Daten ein, ja. Und sobald man das gemacht hat, kann man ihn dann hier, jetzt haben wir der XYZ, kann man ihn hier auswählen, ja. Der hat jetzt sonst keine weiteren Daten. Aber um das geht's, ja. Also die Stammdaten, ja. Die ursprünglichen Artikelstammdaten sind hier in der Kalkulation. Da legen wir die Artikel an. Und sobald er mal angelegt ist, kann man ihn auch einem Stand zuweisen, hier über das Dropdown-Menü dann, ja. Jetzt haben wir den wieder entfernt. Und ja, das ist die Funktion Zeile einfügen. Und ihr könnt so viele Zeilen hinzufügen, wie ihr möchtet. Und ja, solange bis ihr eben alle Artikel klarerweise drinnen habt, die ihr bei euch im Betrieb anbietet. So, nächste Funktion, Artikel löschen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Artikel im Stand und der kommt weg. Können wir gleich als Beispiel eben diese doppelten Artikel nehmen. Oder wir haben einen doppelten Artikel drinnen. Den wollen wir jetzt rauslöschen. Und das können wir mit einer Funktion machen. Ich zeige es euch gleich, wie man es falsch macht, ja. Was dann passiert, wenn wir da jetzt zum Beispiel irgendwo in der Standspalte, also wo es die Standdaten, Anfang, Fassung, Eigenverbrauch, Ende, eine Zelle markieren und dann gehen wir auf Artikel löschen. Dann bekommen wir eine Information. Bitte den zu löschenden Artikel in der Spalte Artikel markieren. Also hier in dieser Spalte markieren und nochmals auf Artikel löschen klicken. Okay. Also wenn wir einen Artikel mit diesem Befehl löschen möchten, dann müssen wir hier in dieser Spalte Artikel einen Artikel markieren. Und das machen wir jetzt hier beim Wasser 1,0. Das wollen wir weg haben. Das habe ich jetzt mit einem Klick einfach markiert. Und dann klicken wir auf Artikel löschen. Und jetzt sagt er noch Bestätigung erforderlich, damit ihr nicht versehentlich einen Artikel löscht, den ihr nicht löschen wollt. Willst du den markierten Artikel aus der Standliste löschen? Info. Bei einer Änderung der Artikeldaten müssen die Artikeldaten des RK-Daten-Clients aktualisiert werden. Also bekommt immer wieder den Hinweis, dass man da bitte immer daran denkt, wenn wir da in der Standliste bei den Artikeln etwas ändern, müssen wir auch den Daten-Client anpassen. Weil das geht nicht automatisch. Das müssen wir manuell nachholen. Aber wir sagen jetzt, okay, ja, wir wollen den löschen. Und wir sehen, er löscht das automatisch und sortiert das automatisch. Und wir haben wieder eine schöne, saubere, aktuelle Liste. Das gleiche kann man hier beim Kuchen noch einmal machen. Den haben wir auch doppelt. Gehen wir hier auf Artikel löschen. Wir sagen wieder Bestätigung. Wir kriegen die Information. Wir sagen, ja, wir wollen löschen. Und weg ist ja der Kuchen. Und wir haben wieder eine saubere, aktuelle Artikelliste in unserem Stand drinnen. Und das könnt ihr so oft machen, wie ihr natürlich wollt. Ihr könnt jeden einzelnen Artikel auch auslöschen, wie ihr wollt. Und wie gesagt, auch hier über das Dropdown-Menü die Artikel, die wir in der Kalkulation schon angelegt haben, können wir hier auswählen und zuweisen. Und so einfach geht das löschen. Genau. Okay. Dann können wir auch die Funktion Letzte Zeile löschen nutzen. Wir haben jetzt da mehrere freie Zeilen. Und wir sagen, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist überflüssiger Raum. Wir wollen das wieder weglöschen. Dazu gibt es eben den Befehl Letzte Zeile löschen. Ja. Den klicken wir jetzt einfach an. Und da sagt er, willst du die letzte Zeile löschen? Also das ist immer diese letzte Zeile in dieser Tabelle, klarerweise. Info bei einer Änderung der Artikeldaten müssen die Artikeldaten des Clients aktualisiert werden. Auch hier wieder die Information. Stetige Wiederholung. Dann sickert es besser ein. Und man merkt es einfach auch. Also wenn wir in der Artikelliste etwas ändern im Stand, dann sollen wir eben auch die Artikelliste im Client entsprechend aktualisieren. Das ist immer wichtig. Das geht nicht automatisch. Das müssen wir manuell machen. Okay. Wir sagen jetzt einfach ja. Passt. Damit ist das hier weg. Okay. Dann sagen wir gleich noch einmal. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Und dann zeige ich euch noch gleich eine Besonderheit, weil da ist nämlich auch eine Sperre, was das Zeile löschen betrifft, eingebaut, damit sozusagen nicht das Programm dann irgendwann einmal da oben sich auffrisst. Ja. Nein, es gibt einfach dann eine Sperre. Und zwar, ich glaube, bei Zeile 27. Wir probieren es jetzt einfach gleich noch einmal aus. Ja. Wir sagen jetzt noch löschen. Okay. Und jetzt sage ich noch einmal löschen. Und wir sehen genau, hier ist die Sperre. Das ist ein Schutzmechanismus, damit wir eben nicht alle Artikel versehentlich der Reihe noch weglöschen. Also 27 Artikelzeilen sind sozusagen das Minimum, das wir hier verwenden. Und das wird wahrscheinlich auch praktisch jeder Betrieb verbrauchen. Das ist nur eine Schutzfunktion, damit wir nicht da das Programm sozusagen dezimieren. Ja. Okay. Also da ist jetzt die Sperre. Okay. Und da können wir jederzeit wieder eine neue Zeile einfügen. Und ja, da haben wir wieder eine neue Zeile. Die können wir wieder weglöschen und so weiter. Also so funktioniert das mit dem Zeilelöschen. Ja. Okay. Schauen wir uns den nächsten Befehl an. Das ist jetzt Zählliste Tag. Drucken. Das ist für die Variante, wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt mit Papierlisten arbeiten. Ja. Ist zwar mehr Arbeit, weil da muss man es natürlich auch manuell führen und dann halt manuell in die, hier in unseren Hauptprogramm natürlich dann eintragen. Ja. Aber es gibt manche, die bevorzugen einfach auch eine ausgedruckte Version. Vielleicht wollt ihr auch die Papierliste parallel führen, aus welchen Gründen auch immer. Oder ihr habt gerade einen EDV-Ausfall in der Station. Dann kann man natürlich auch hier mit der Papierliste inzwischen als Zwischenlösung fahren. Ja. Und mit Zählliste Tag drucken, klickt man einfach einmal drauf, bekommen wir eine Druckansicht, wo nur die Artikeldaten und die vier Spalten für die Standdaten gedruckt werden. Ja. Das heißt, wir haben nur jetzt drauf Artikel, PLU, Kategorie und Einheit. Und eben Anfangsbestand, Fassung und Verkauf, Eigenverbrauch und Bruch und Endbestand. Ja. Also wenn ihr mit Papierliste arbeiten wollt, entweder nur Papierliste oder eben als Ergänzung oder als Notfallsystem oder wie auch immer, da könnt ihr eben hier mit Klick auf Zählliste Tag drucken, bekommt ihr eben den Druckbefehl. Und da müsst ihr natürlich nur noch da den Druck bestätigen, klarerweise. Ja. Okay. Das ist Zählliste Tag drucken. Nächster Befehl. Alles drucken. Ja. Das ist hier. Das ist, wenn ihr euch dazu entscheidet, jeden einzelnen Tag auch vom Stand her zu dokumentieren, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar einfach auf alles drucken gehen. Ja. Und dann seht ihr, dann werden nicht nur Anfang, Fassung, Einverbrauch, Ende gedruckt. Ja. Sondern auch die beiden Spalten, Stückumsatz und Euro-Umsatz. Ja. Also wenn ihr euren Tag insgesamt, das macht natürlich Sinn, am Ende eines, also nach, unmittelbar nach der Fertigstellung einer Tagesabrechnung, macht es Sinn, dass man dann hier den Tag noch einmal extra ausdruckt und dokumentiert. Obwohl ihr euch natürlich die Standdaten jederzeit zurückholen könnt von einem speziellen Tag. Aber wie gesagt, wenn man eine spezielle Abrechnung für einen Tag dokumentieren und absichern möchte, auch in Papierform, kann man es hier natürlich entsprechend auch ausdrucken. Ja. Und dann wird auch, dann werden auch die Umsatzdaten mit ausgedruckt. Ja. Macht durchaus Sinn, wenn man das entsprechend dokumentiert. Ja. Wir brauchen es jetzt nicht. Also wie gesagt, wenn man es dann ausdrucken möchte, dann braucht man nur noch hier Drucken bestätigen und dann wirft das natürlich aus. Okay. Dann gibt es die beiden Möglichkeiten, eine Schicht und zwei Schichten. Ja. Da geht es darum, wenn ihr in eurem Betrieb während eines Tages nicht nur eine Schicht habt, sondern mit zwei Schichten arbeitet. Sagen wir zum Beispiel, ihr sperrt um 8 in der Früh auf, ihr habt eine Tagesschicht, die läuft zum Beispiel bis um 16 Uhr oder 17 Uhr und dann gibt es noch eine Nachtschicht, die arbeitet von 17 Uhr bis 2 Uhr in der Früh. Dann habt ihr ein Zweischichtbetrieb. Ja. Und für diese Voraussetzung gibt es eben die Möglichkeit, hier auf Zweischichtbetrieb umzuschalten. Ja. Wir sind jetzt im Einschichtbetrieb. Man sieht das sehr einfach, weil einfach hier nur der Tag eingeblendet ist. Ja. Nur der Tag aktiviert ist. Ja. Also die Sonne und die Berge, die stehen eben für die Tagesschicht. Ja. Das heißt, das Anfang Tag, Fassung Tag, Eigenverbrauch Tag und Ende Tag. Der ist zugleich der Zwischenstand, wenn es eine Nachtschicht gibt. Das wäre dann auch der Anfang von der Nacht. Haben wir jetzt gerade nicht aktiviert. Und dann haben wir den Umsatz vom Tag in Stück und den Umsatz vom Tag in Euro. So. Und jetzt sagen wir, okay, wir haben einen Zweischichtbetrieb. Wir wollen zwei Schichten vom Stand her kontrollieren und abrechnen können. Okay. Dann sagen wir hier zwei Schichten. Zack. Und wir sehen jetzt, das Programm stellt sich um und blendet neue, baut neue Spalten und auch die neuen Knöpfe ändern. Ja. Das heißt, also wenn wir hier umschalten auf zwei Schichten, dann gibt es hier für die Nachtschicht die entsprechenden Spalten und auch die entsprechenden Funktionen. Da haben wir wieder Fassung für die Nacht, dann den Eigenverbrauch und den Bruch für die Nacht und wir haben den Endbestand für die Nacht. Ja. Damit haben wir die entsprechenden Standdaten, die wir auch für die Nacht brauchen, identisch wie für den Tag. Und wir haben natürlich auch die gleichen Masken. Ja. Besonderheit bei den Nachtmasken ist, damit man es optisch auch gleich gut erkennt. Der Hintergrund ist hier grau gemacht. Wenn man sich das anschaut, gegenüber dem Tag, der ist immer hellweiß. Ja. Und ihr habt natürlich auch immer hier das Nachtsymbol für eben den Stand, der gerade bearbeitet wird. In dem Fall sehen wir hier die Rollkarre mit den Kisten. Das ist Fassung und Nacht. Also es geht hier Fassung nach. Da oben auch noch einmal ausgeschrieben und hier auch Fassung nach. Also wir haben immer drei Informationen bei der Eingabemaske, damit wir auch immer den richtigen Stand bearbeiten. Okay. Also wie gesagt, wenn wir Nacht einblenden, haben wir einerseits die Spalten und wir haben auch die Eingabemasken und wir haben auch speziell für die Nacht, das sind analog sozusagen die gleichen Funktionen wie hier für den Tagen, bekommen wir auch hier für die Nacht dann eingeblendet. Ja. Im Detail schauen wir uns das dann an, wenn wir hier im rechten Bereich dann im nächsten Video die Funktionen bearbeiten. Ja. Und selbstverständlich wir haben auch für die Nacht auch den Stückumsatz je Artikel und den Euro-Umsatz je Artikel. Ja. Und da wir dann zwei Schichten haben, gibt es auch einen gesamten Euro-Umsatz für beide Schichten, damit wir einen Gesamt-Tages-Umsatz bekommen. Okay. Jetzt sagen wir, okay, wir brauchen uns jetzt doch nicht mehr. Oder wir brauchen es eben nicht. Wir schalten wieder um auf Einschichtbetrieb. Ja. Dann gibt es eben den Button eine Schicht. Da brauchen wir noch draufklicken und dann bekommen wir wiederum eine Information, die wir bestätigen können. Also wir müssen unseren Vorgang bestätigen. Er sagt uns, willst du die Standliste auf eine Schicht umstellen? Info, die für die Nacht eingetragenen Daten in Stand und Spirit, Fassung, Eigenverbrauch und Endbestand werden gelöscht. Also was passiert da jetzt? Wenn wir jetzt bestätigen, dann reduziert er wieder die Standliste hinunter auf Einschichtbetrieb. Ja. Und alle Daten, die wir für die Nacht eingetragen haben, sowohl hier im Stand als auch im Modul Spiritosen, die werden gelöscht. Das muss man wissen. Ja. Also wenn wir umschalten von zwei Schicht auf Einschicht, werden diese Standdaten hier, die eingetragen sind für die Nacht, die werden gelöscht. Und wir sagen jetzt ja. Damit baut er es wieder um. Zack. Und wir haben jetzt die Stand, das Modul Stand auf Einschichtbetrieb wieder zurückgestellt. Ja. So. Genau. So einfach geht es. Mit einer Schicht einfach wieder dazu. Ja. Zack. Also mit einer Schicht reduzieren wir es eben auf eine Schicht. Das ist jetzt schon auf einer Schicht. Mit zwei Schicht bauen wir es eben um auf Zwei-Schichtbetrieb klarerweise. Ja. Und mit einer Schicht reduzieren wir es eben zurück wieder auf Einschichtbetrieb. Genau. So. Jetzt kommt noch ein wichtiger Befehl, den wir in diesem Video bearbeiten. Das ist dieser Befehl Artikeldaten in den Zwischenspeicher kopieren. Worum geht es da? Worum brauchen wir den? Ja. Den brauchen wir, wenn wir mit dem Client arbeiten. Ich hole kurz einmal den Client herüber. Trara. Und da ist auch schon unser lieber Client. Das ist unser Client, mit dem wir in der Servicestation arbeiten können. Ja. Und wir haben jetzt hier den Client für Stand 1. Ihr habt für jeden Stand einen eigenen Client dabei. Stand 1, 2, 3. Das ist jeweils eine eigene Tabelle, eigenes Excel-Programm. Und ihr erkennt es immer an der farblichen Markierung. Grün ist da wieder identisch, ist Stand 1. Blau ist dann Stand 2. Rot ist dann Stand 3. Und der Client, als kleiner Einschub, ist quasi wie ein, der hat die Funktion, die Daten vom Stand zu sammeln, zu speichern. Und eben eine schnelle Datenerfassung euch zu ermöglichen. Ja. Und zwar eben über diese Eingabemasken, die wir auch hier wieder haben. Die sind identisch wie im Hauptprogramm Restaurant Kompass, haben wir hier diese Dateneingabemaske. Die gleiche Maske findet ihr im Client. Die schauen wir uns noch einmal gesondert extra an. Und mit dem Client könnt ihr eben sehr einfach und schnell die Daten des Standes erfassen, eben über diese Eingabemasken. Und ihr könnt auch die Daten sehr einfach speichern und einen neuen Tag erstellen. Ja. Das schauen wir uns dann auch noch gemeinsam in Ruhe an. Da gibt es dann den Befehl Neuer Tag. Das schauen wir uns alles noch in Ruhe beim Datenclient dann an. Ja. Aber was ich euch jetzt da zeigen möchte, ist eigentlich nur das Thema Artikeldaten. Ja. Wir sehen jetzt, der Client hat noch keine Artikeldaten drinnen. Ja. Der ist jetzt noch leer. Ja. Und wir wollen jetzt die Artikeldaten aus Restaurant Kompass in den Client kopieren. Ja. Und da gibt es eine ganz einfache Funktion. Und zwar machen wir das jetzt einfach gemeinsam. Wir gehen jetzt hier auf Restaurant Kompass, sind wir eben hier. Dann haben wir den Stand 1. Und wir sagen jetzt, wir wollen diesen Artikel, diese Artikeldaten, das umfasst eben die Spalten Artikel, PLU, Kategorie und Einheit. Und diese Artikeldaten wollen wir jetzt in den Client kopieren. Ja. Und das geht sehr einfach. Wir klicken da einfach auf Artikeldaten in den Zwischenspeicher. Das ist im Grunde wie eine Copy und Paste Funktion. Nur läuft das halbautomatisch. Ihr klickt es da einmal drauf. Artikeldaten in den Zwischenspeicher. Dann seht ihr da rechts, da hat er jetzt was kopiert, weil da läuft im Hintergrund eine Kopierfunktion. Und jetzt hat er die Daten im Zwischenspeicher. Diese Daten hier sind jetzt im Zwischenspeicher. Dann klicken wir auf unseren Client und gehen hinunter. Und da gibt es den Befehl Zwischenspeicher in die Artikeldaten. Ja. Und da klicken wir drauf. Und da ist wieder eine Bestätigung erforderlich, weil wir ja was überschreiben, was hinein eintragen, was verändern. Zur Sicherheit hier die Bestätigung erforderlich. Willst du den Inhalt des Zwischenspeichers in die Artikeldaten einfügen? Es werden alle eingetragenen Standdaten für Tag und Nacht, Anfang, Fassung, Einverbrauch, Ende gelöscht. Ja, das wollen wir, weil wir wollen die aktuellen Artikeldaten einfügen. Wir sagen ja. Und zack, wir haben im Client den identischen Artikelstand, so wie auch in Restaurant Kompass. Also das ist überhaupt keine Hexerei. Man geht einfach her, Artikeldaten in den Zwischenspeicher hier. Einmal hier. Zack. Und dann klickt man hier auf Zwischenspeicher in die Artikeldaten und sagt ja. Und zack, man hat eben die aktuellen Daten aller Artikel von Restaurant Kompass in den Client kopiert. Und das ist eben wichtig immer zu bedenken. Entschuldigung. Also wenn ihr in Restaurant Kompass in eurem Stand bei den Artikeldaten etwas ändert, wenn sich die Reihung verändert, also wenn ihr einen neuen Artikel einfügt oder wenn ihr einen Artikel rauslöscht, dann ist es wichtig, dass man die Artikeldaten im Client aktualisiert. Also wenn man hier etwas löscht, ändert, verändert, einen Artikel verändert, einen neuen Artikel einfügt oder einen Artikel herauslöscht, dann muss man die Artikeldaten auch hier im Client aktualisieren. Und wie gesagt, das geht sehr einfach. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie man zum Beispiel da jetzt das rauslöscht. Wir haben jetzt da den Stand 3 und wir gehen jetzt her, Stand 3, Artikeldaten in den Zwischenspeicher. Zwischenspeicher, da ist jetzt nichts, damit überschreibt er alles mit 0 sozusagen, mit leer. Und wir gehen jetzt da her und sagen, Zwischenspeicher in die Artikeldaten und jawohl, einfügen. Wir sehen, jetzt im Client ist alles gelöscht. Jetzt gehen wir wieder auf den 1er und wir sagen, okay, wir löschen da jetzt zum Beispiel das Hausbier 05 raus. Das kommt raus, den löschen wir. Zack. Und jetzt sagen wir, genau diesen Stand wollen wir jetzt im Client drinnen haben. Mit dem arbeiten, das ist jetzt der aktuelle Stand, die aktuelle Standliste, Artikelliste für den Client. Und dann gehen wir her, Artikeldaten, Pfeil, Zwischenspeicher heißt, Artikeldaten in den Zwischenspeicher kopieren. Zack. Jawohl, haben wir jetzt. Und jetzt gehen wir her und gehen auf den Client, klicken den Client an, gehen hinunter zum Befehl, Zwischenspeicher in die Artikeldaten und noch bestätigen mit Ja. Und zack, und wir sehen, wir haben jetzt den identischen Artikelstand, die identische Artikelliste im Client, so wie wir sie auch hier in Restaurant Compass haben. Also das geht ganz leicht, man muss das nur im Hinterkopf behalten. Wenn man die Artikelliste in Restaurant Compass verändert, dann muss man eben auch hier, also wenn man sie hier ändert, dann muss man es auch im Client aktualisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das geht nicht automatisch. Das muss man einfach bedenken. Das ist eben, wenn man Artikel ändert, wenn man sie löscht oder wenn man neue Artikel einfügt im Stand, dann einfach hier diese Aktualisierung machen, damit auch der Client aktuell ist und am letzten Stand ist und dann funktioniert der Datentransfer und alles korrekt und richtig und perfekt. Okay, riesiges Thema. Ja, genau, einen Punkt, weil ich es vorhin erwähnt habe, nämlich Artikelname und Änderung. Das zeige ich euch gleich, das werden wir noch mehrmals uns anschauen, ich möchte es euch trotzdem gleich zeigen. Wenn wir zum Beispiel eine, wenn wir in der Kalkulation jetzt hergehen und sagen, der Apfelsaft Obi wird auf einmal der Apfelsaft 0,25. Ihr könnt ja da jederzeit Artikelnamen auch verändern. Nur wenn ihr da einen Artikelnamen verändert in der Kalkulation, dann passiert folgendes, dann übernimmt er den zwar automatisch, aber er sagt euch bei diesen Daten no value, weil er kennt den Artikel dann einfach nicht. Den müsst ihr dann einfach noch einmal auswählen. Also wenn ihr, also da bleibt der alte Artikel drinnen und diese Daten hier sind dann gelöscht, weil die gibt es dann nämlich nicht mehr, sondern ihr müsst dann diesen Artikel, den geänderten Artikel noch einmal auswählen. Also ich zeige es euch noch einmal, wenn wir aus dem Apfelsaft, machen wir jetzt ein Obi draus, dann gehen wir auf den Stand wieder und dann sehen wir Apfelsaft 0,25 no value, den gibt es nicht mehr. Weil in der Kalkulation gibt es den Apfelsaft 0,25 jetzt nicht mehr, da gibt es nochmal Apfelsaft Obi. Das heißt, dann müsst ihr den Artikel einfach auswählen. Noch einmal auswählen und dann ist er drinnen, die Daten sind drinnen und fertig. Und auch hier natürlich, wenn ihr da eine Änderung macht, also bei Artikeländerungen bitte immer, immer bedenken, hier den Client aktualisieren. Ganz einfach. Also machen wir es nochmal kurz. Artikeldaten hier und da Artikeldaten einfügen. Und wir sehen, zack, und jetzt haben wir da das neue Obi drinnen, kleingeschrieben Obi. Also es geht ganz simpel, man muss es nur bedenken. Ja, das waren diese beiden Besonderheiten. Artikelname und Artikelliste. Und die dritte Besonderheit sage ich euch auch gleich, damit wir es gleich einmal deponieren. Das ist eine wichtige Rahmenbedingung, die Zeilenanzahl. Zwischen Restaurant Kompass und dem Datenclient sollte immer diese Zeilenanzahl identisch sein. Also wenn ihr hier in Restaurant Kompass 27 Zeilen habt für Artikel, dann sollte auch hier immer im Client die gleiche Zeilenanzahl sein. Also es ist ganz einfach. Da schauen, dass da gleich viele Zeilen sind im Client wie im Hauptprogramm. Wenn ihr das beachtet, funktioniert jede Datenübertragung perfekt. Wenn man das nämlich nicht beachtet, dann kann es sein, dass ihr einen Datentransfer nicht ausführt und ihr bekommt eine Fehlermeldung. Also einfach immer hier drauf schauen, dass im Client gleich viele Artikelzeilen vorhanden sind. Hier diese linke Spalte, diese Zeilen da. Hier 27 in dem Fall, dass im Client gleich viele Artikelzeilen vorhanden sind, wie auch im Hauptprogramm in Restaurant Kompass. Also das sind diese drei Punkte. Drauf schauen, Änderungen bei Artikelnamen, das hier aktualisieren. Das zweite war Änderungen in der Artikelliste. Dann aktualisieren wir den Client, den Restaurantdatenclient. Und das dritte drauf schauen, identische Artikelzeilen. Also das sind diese drei Besonderheiten, mit denen wir im Restaurant Kompass arbeiten müssen. Das sind drei Kleinigkeiten. Und wenn ihr die beherzt, wird das alles wunderbar funktionieren. Okay. Durchatmen. Großes Thema. Es war viel Information auf einmal. Es macht wahrscheinlich Sinn, wenn ihr euch dieses Video vielleicht noch einmal anschaut. In aller Ruhe. Da ist jetzt wahnsinnig viel Info drinnen gewesen. Im Grunde ist der Aufbau sehr, sehr einfach. Diese drei Besonderheiten einfach bitte beherzigen. Und dann wird das alles perfekt funktionieren. Okay. Soweit in diesem Video. Das war jetzt der linke Blog. Im nächsten Video schauen wir uns den rechten Blog an. Bis gleich. Danke für euer Interesse und für eure Zeit. Bis später. Ciao.